Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die meisten Mieten deutlich stärker gestiegen als die KV-Löhne und Gehälter. Letztere wurden laut dem gewerkschaftsnahen Momentum-Institut von Jänner 2020 bis jetzt um durchschnittlich 5,8 Prozent erhöht. Freie Mieten hätten sich im selben Zeitraum um 12,2 Prozent erhöht, Altbau-Kategorie-Mieten um 11,2 Prozent. Alexander Huber, Ökonom des Momentum-Instituts, sagte mit Blick auf die Kategorie-Mieten, Mit Dezember flattet den Mieter und Mieterinnen dieser Wohnungen zudem eine weitere Mieterhöhung ins Haus, womit die Miete um 17,5 Prozent über der aus 2020 liegen wird. Bei den Richtwertmieten mit einem Altbauvertrag nach 1. März 1994 wiederum entsprach die Entwicklung der vergangenen drei Jahre den kollektiv vertraglichen Gehalts- und Lohnerhöhungen. Auch für 2023 rechnet das Momentum-Institut aber mit einer Verschärfung dieser Entwicklung. Bis Mitte 2023 sollen die KV-Löhne demnach gegenüber Anfang 2020 im Schnitt um rund 13 Prozent steigen. Bei den Richtwertmieten prognostiziert man dagegen einen Anstieg um etwa 15 Prozent. Bei Kategorie- und freien Mieten werden sogar Wachstumswerte von rund 24 und 19 Prozent vorausgesagt. Bei den Mieterhöhungen handelt es sich um eine hausgemachte Inflation, moniert das Momentum-Institut und empfiehlt, die Mieten dementsprechend gesetzlich einzubremsen. Zwei Wachstumswerte von U.S.